Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Adventure Map. Heute spielen wir die Map The Great Escape und dies ist vom gleichen Macher wie die letzte Mal die wir gespielt haben, Escape House, die ja sehr gut war, aber das scheint eine frühere Map zu sein, mal schauen wie die wird. Welcome to The Great Escape. Gut, starten wir, oder? Hier ist es eingeschlossen. Start die Map. The Great Escape. Das ist jetzt Adventure Map, Default, Texture Pack. Mach ich meins erst mal raus. Er hat noch ein paar Tipps geschrieben, aber die brauchen wir ja nicht. Room Handle. Okay. Da hängen übrigens eher ein Bild, das habe ich mal ganz kurz kaputt gemacht. Müssen wir uns vielleicht umbringen? Schlafen. Ne. Ah. Ne, warte, kann ich alles abbauen? Ne. Ich kann... Warte mal. Bittest du hier angezeigt, dass du hier was kaputt machen kannst? Ne. Okay, das... Ja, okay. Das heißt, es wird... Ne, es wird nicht angezeigt, wenn du was kaputt machen kannst. Spitzhacke, Walkhammer, komm ich hier wahrscheinlich raus. So, ich mach grad irgendwie alles so... Ähm... Könntest du vielleicht mal kurz weggehen? Ne. Und jetzt? Scheiße. Bett, ähm... Wir haben Bett, oder? Doch! Pipe Cutter. Pipe, pipe, können wir? Ach, nee, Digga, was ist eh ein Feiner? Hehehe, sei nicht da los. Und eine Woche zwei... Na, pass auf gleich, kommt die Wache. Oh, ja, oh, nein. Okay. Dadurch, dass man nicht mehr hochkommt, denke ich mal, dass hier nicht irgendwas sein wird. Kanalisation. Geht's durch. Oh, bei mir nicht. Geht's dort weiter, oder? Links, ne. Doch, hier ist Cobblestone. Ich folge dir jetzt einfach mal, durch diesen Wassertunnel. Muss man weitergehen, da ist Cobblestone hinten. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas... Wo ist hier Cobblestone? Hier hinten. Bist du blick? Ja. Ja? Kannst du abo? Ja, aber... Äh... Warte mal, gehen wir weg, ja? Oh... Oh, dann kommt die mal raus. Ich glaube nicht. Na, schade. Das heißt... Jetzt könnt's halt, dass wir uns das gesauft-clocked haben. Ich glaube, wir haben uns gesauft-clocked. Hier ist was. Äh... Beinde Ventilation System. Generator. Power Switch. Irgendwo Generator. Generator. Aha. Ich glaube, wie geht's für uns weiter? Stock Room. Warum ist alles... Äh, Pigex noch mal. Oh, nix. Soll ich es ihm... Was soll ich es damit machen? Soll ich einen Cobblestone? Ne, ich kann nicht den Cobblestone damit machen. Hier hinten. Hier. Ja. Ja. Hast du was? Nö. Hä? Das ist einfach scheiße. Ah, der hat es extra so gemacht, dass man nicht durchpacken kann. Ah, hier ist noch ein... Knopf. Er ist hier die... Äh, Tüge on. Ah. Schaufel. Junge, man sieht hier die ganze Zeit nicht diese Blöcke, die man macht. Äh, ah, dann kann ich jetzt die scheiße wegmachen. Junge, ist so scheiße von damit, dass man nichts sieht. Was man damit abbauen kann. D-gah, Junge, da hat aber jemand richtig verstopfen gehabt. Junge, der hat aber gewallert. Äh, achso. Oh. Ich bin der erste. Wir sind jetzt im Fahrstuhl-Lift so. Auf... Ne, Aufzugsschaft, heißt das. I mean, yes. I guess, yes. Yes. Hier ist ein Pisten und hier ist auch ein Pisten. Ja. Scheint die Tür zu sein. Hier sind wirklich so schwarze Blöcke. Ist davon eins wieder ein Fass? Ne. Ah, ich hab immer noch, ähm, das um, äh, Eisenfalltür kaputt zu machen. Ich hab's kaputt gemacht. Dann gibt's hier auf jeden Fall. Wine. Wollte mal ganz kurz die Regeneration testen, weißt du? Achso. Ja. Die war mir wichtig. Jetzt schlägt er mich, dass ich nicht hochkomme. Ne. Okay. Scheiße. Äh, Up and Down. Okay. Das ist nice gemacht mit dem Sch... äh, mit dem... Ja, das stimmt, das stimmt. Mit dem Glas. Was? Äh, Wardens Office, also vom... Typie. Vom... Du weißt... Hat da was drin? Ne. Hier ist ein Knopf. Ah! Man muss hier mehrere Dinge drücken, ja. Okay, das machst du dann mal. Ich mach's einfach mal alles an. Keine Ahnung. Was ist explodiert? Ich weiß es nicht. Ich hab' einfach jetzt mal alles angemacht. Ich empfiehlt's, ich mach' hier alles aufzumachen. Na, eigentlich ja nicht. Eigentlich nur die Ecken. Stimmt. Ist hier jetzt unsere... Zelle? Ne. Das war... Das war das gleiche reingenommen, würde ich sagen. Hier ist was unten. Mit Lever. Library, Storage, Power Switch. Weil du hast doch den Stick noch, oder? Yes. Kannst du dich jetzt nicht auch hier oben auch kaputt machen? Ne. Hä? Was ist denn der Scheiße? Das war vielleicht anderes... Ne, kann's auch nicht sein. Ah, hier trinkt das auch wieder was. Ne Schaufel wieder. Guck mal, ob ich das... Ne, ich kann das hier nicht playsen. Äh, was steht denn auf dem Lever drauf? Library, Storage, Power Switch. Also Library. Probier' noch mal unten, ob's falsch geht. Beispiel der Power. Ah! Okay, ich weiß wo. Hier. Äh, hab' ich nehm' hier rein. Ja, ich ist offen. Äh, Yard, Power Switch. Ähm. Nicht raus. Ne, wo hat das? Da hinten. Gehen geht's raus. Öffne sie. So, kannst du es nicht platzieren. Das muss jetzt, glaube ich, unten sein. Ja, das könnte unten sein. Ja, genau. Ja. Ey. Ey. Ey, ich will trainieren. Oder ich hole die Schaufel raus. Okay, komm rein. Ne. Ich will, die verlierst du noch Leitbarkeit, dann komm ich nicht immer weiter. Ja. Ja. Ich hab' keine Spitze. Warum kann ich jetzt mit einer Schaufel das hier auch kaputt machen? Egal. Ah, natürlich perfekt ausgereicht. Irgendwas kann ich eigentlich die ganzen Ohren immer zeigen. Damit die bis jetzt was machen, ja. On of Security System. Wer nicht? Ja. Okay. Hier unten. Ja. Security System. Power. Ah. Knopf. Render. Da. Also vom Fluchtwagen. War's das mit dem Map? Engine start. Nein, wir kommen nicht mehr raus. Wow. Ja. Das war ich im Gebrüch. Ja, was ist deine Meinung zu der Map? Ja, aber es war relativ, du wusstest nicht was wohin gehört. Aber es könnte auch sein, weil wir in einer anderen Version waren. Ich fand sie ein bisschen unspektakulärer. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das war gefühl, dass es halt nur hin und her geredet hat, hat das auch nur 14 Minuten gedauert. Äh, und du wurdest zu aggern in eine Richtung gelenkt. Das hat mir bei der anderen Map auf jeden Fall besser gefallen. Dort war es auf jeden Fall auch freier. Was man als nächstes machen möchte. Und man muss da auch mehr nachdenken. Hier war es halt nur eher ein Find, ne? Das Item finden und dann ausprobieren, was du mit welchem Item abbauen kannst. Naja, das könnte auch in der Version gelegen haben. Naja, gut. Weil wir in einer anderen Version gespielt haben. Ja. Aber ich fand die andere Map von ihm auf jeden Fall besser, aber es war auch eine frühere Map. War sie auch nicht so schlecht. Sie war solide, das kann man auf jeden Fall sagen. Es geht auf jeden Fall schlecht daran. Ja.